Es war auf Schwierigkeitsgrad schwer. Und jetzt geht's los. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, Alter. Das ist einfach neun Jahre her. Das ist einfach neun Jahre her, wo ist die Zeit hin, Leute? Neun Jahre. Das war's komplett. Gehfalls, danke schön. Hallo, Noah. Es ist einfach neun Jahre her, Alter. Neun Jahre. Spiros Adventure, Alter. Ich glaub' das nicht. Den hab' ich auch hier. Fire Dragon, ich sag' dir gleich danke, ja? Aber das kannst du nicht, oder? Und warum? Weil ich... ...Portal-Meister bin. Und du nicht. Und falls du es noch nicht bemerkt hast, meine Kräfte sind weitaus besser als deine. Lord Chaos, ich habe schon überall gesucht. Du bist scheinbar an einem Ort namens Erde. Ich glaube, das ist die Heimatwelt dieser Portalmeister. Das habe ich schon bemerkt, Narr. Und durch meine überragenden Fähigkeiten bin ich schon dabei, einen Plan für meine Flucht zu entwickeln. Hallo, Tiara. Guten Morgen. Ein Portal? Genau. Diese törichten Menschen haben mich eindeutig unterschätzt. Macht's gut, Skyloser. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, Portalmeister soll die Portale eigentlich nicht selbst benutzen. Ruhe, Glamshanks. Warte, auf meine triumphale Rückkehr. Sehr cool. Grüß dich, Portalmeister. Ich bin Ion. Und ich komme, um dich auf einer großen Reise zu führen. Tem, 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 tem. Willkommen in den Skylinds. Tem, 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 tem. Eine magische Welt voller Wunder und Abenteuer, die von den größten Helden überhaupt beschützt wird. Den Skyländern. Boah, der Fische, Alter. Geht gar nicht. Es war lange meine Pflicht, über die Skyländer zu wachen und sie anzuführen. Aber das ist jetzt deine Aufgabe. Und jetzt hast du einen Giant gefunden. Darum bin ich zu dir gekommen. Giants waren vor langer Zeit die ersten Skyländer. Ich hab sie alle acht hier. Und sie sehr lange nicht mehr in den Skylinds gesehen. Ich bin mir sicher, du hast sie nicht ohne Grund gefunden. Um es besser zu verstehen, blicken wir zurück. Zurück. Zehntausend lange Jahre. Zurück in einer Zeit, als die Skylinds von einem bösen Roboter-Imperium beherrscht wurden. Den Arkeaner. Das sieht natürlich gar nicht gut aus. So. Äh, Fire Dragon. Dankeschön für dein Abo auf Stufe 1. Ja, vielen, vielen Dank, Leute. Herzen in den Chat dafür. Hallo Rappi. Hallo Max. Hallo Le Tweck. Was geht? So. Äh, moin Maxi. So, wunderbar. Ähm. Die friklichen Mabu wurden aus ihren Häusern gerohnt und gezwungen, riesige Monomenten... Boah, das ist Nostalgie, sein Urgroßvater, oder? Ey, neun Jahre. Ey, neun Jahre. Warte, auf Spanisch? Ne, das sah nur so aus. Xanox, was geht? Ey, Sweet Kev, was geht? Okay. So, ich muss jetzt... Jetzt wurde gerade... Jetzt wurde gerade Tree Wax eingelöst, aber davor war schon Crusher, ja? Ich muss jetzt erstmal 5 Minuten Crusher spielen, dann 5 Minuten Tree Wax, okay? Deswegen wartet bitte mit den Einlösen des nächsten Skylanders, bitte, ja? Ähm, Besucherspitzname anzeigen, was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist Crush Hour. Oh, ja, Alter. Boah, das ist Nostalgie, ich schwör's euch. Oh mein Gott. Ach, die konnten da ja noch gar nicht springen, ne? Ja, sicher. Die konnten da ja noch gar nicht jumpen, ne? Sollen wir, ähm, sollen wir wirklich komplett alles zurücksetzen? Also auch den Skylander? Sieht nicht schlecht aus. Dass wir wirklich komplett neu anfangen? Weil, guck mal hier, der ist ja fertig geskillt, ne? Sollen wir wirklich komplett so alles, so wisst ihr, wir machen einfach komplett zurück den Alie. Alter, ich hab so Bock, Leute, ne? Ihr glaubt es nicht. Ohne Scheiß, ich hab richtig Bock. Hast du auch Granit-Quasher? Ne, Lioness, den hab ich Tatsache nicht. Den hab ich Tatsache nie gehabt, ne? Ich hab jetzt auch nicht alle Giants hier stehen, ne? Also ich hab alle acht Giants hier, die großen, ja? Aber ich hab hier zum Beispiel nicht alle von den Kleinen hier stehen, ne? Deswegen. So, wie war das denn nochmal? Mehrfach drücken, okay. Äh, mir geht's super, ja? Dankeschön, ich hoffe dir auch. Alter, dir ist mit keinem Springen, ne? Das macht mich jetzt schon nervös, ne? Ist das auf PS1? Äh, nee, das war PS3. Und, äh, aber da ist jetzt Wii U. Da ist jetzt Wii U, ja. Wii U war auch jetzt einfacher für mich zu streamen, weil PS3 hatte, da musste ich wieder so ein Zwischending schalten und da wusste ich jetzt auch wieder nicht, wo das ist. Und bei Wii U schließt er einfach an meinem Capture-Card an und dann geht der all, äh, los, so wisst ihr deswegen. Ähm... Als es rauskam, war ich noch in der Grundschule. Vor ein paar Wochen hab ich mein Abitur gemacht. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ey, heftig, oder? Warum komm ich da jetzt nicht rüber? Toll, wunderbar, ey. Aber hier, den kann ich hier auch schleudern. Das ist sehr gut. Meine Xbox hat meinen Skyliner Giants gefressen. Was? Kevin? Auf jeden Fall muss ich hier, wenn... Also hier, da muss ich auf jeden Fall nochmal alle Kisten richtig durchsuchen. Muss nochmal alle Kisten richtig durchsuchen. Ey, Quipty, was geht? Ja. Ey, WoW-Fan, was geht da? Ey, Scarlet, ne Genie hab ich irgendwo noch eingepackt, ja? Die müsste irgendwo oben im Schlafzimmer eingepackt liegen. Ich hab jetzt erstmal nur die normale hier liegen. Aber wie gesagt, für den nächsten Stream dann... Ich werd hier, ich werd das ganze Haus auf den Kopf stellen, damit ich alle Giants zurückbekomme. Ich war froh, dass ich erstmal meine acht Normalen hier habe. Weil wie ich schon mal sagte, beim Umzug ist irgendwie eine komplette Kiste weggekommen. Irgendeiner hat mir da eine Kiste aus meinem Auto geklaut gehabt. Von der Nachbarschaft geh ich mal von aus. Deswegen, mir fehlen noch so viele Imaginator. Es ist schade, aber naja, ne. Ich werd auf jeden Fall suchen, Leute. Ich werd suchen. Ja, ich werd auf jeden Fall zusammensuchen. Irgendwo liegt hier auch Freitrider in Ghost in the Dark... Äh, Glow in the Dark. Irgendwo liegt der hier dahinter. Irgendwo da. Aber ich such den. Für das nächste Mal hab ich den. Auf jeden Fall, ja. Für das nächste Mal such ich den. Hier war er das erste... Ah, ne, das erste Mal nicht. Ne, stimmt. Ne, ne, das zweite Mal. Davor gab's ja diese, ähm... Diese Mini-Skylander, die hier mit dabei laufen. Diese Sidekicks hier. Da hab ich hier auch ein paar stehen. Meine ersten Sidekicks hab ich damals... Von, ähm... Von Frank und Eva bekommen. Eva und Frank. Jo. Berge von Gold. Danke. Den, 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 den. So, wunderbar. Ja, Boomer ist in der Vitrine, ne? Ich glaub, der ist in der Vitrine, ja. Ey, Ghost Ada, was geht? Ich will jetzt auch nicht unbedingt viel verpassen. Würde schon gerne hier, ähm... Alles finden, muss ich sagen. Sauf, Ego. Warte, hab ich das schon gemacht? Ich glaub nicht, ne? Ah, der kam jetzt erst. Warte. Mhm. Wasser hab ich gar nicht, shit. Aber egal. Dann muss ich gleich nach oben was holen. Äh, wie komm ich denn... Ah, der ging glaub ich nicht, ne? Hast du Funback bei dir? Hab ich auch hier liegen. Aber als nächstes ist jetzt erstmal Tree Wax dran. Ja. Jetzt mach ich die hier weg und dann ist erstmal Tree Wax dran. Ich wusste... So. Genau, so. Jetzt erstmal Tree Wax, weil der wurde sich als nächstes gewünscht. Da hab ich diesen, ähm, speziellen Tree Wax hier. Diesen, äh, von der DS-Edition müsste das, glaub ich, sein. Genau, das war doch die DS-Version, oder? Der Gnalli Tree Wax war da. War doch so, ne? Genau. So, der Reber hat sich Funback gewünscht, genau. Und nach Tree Wax ist dann Funback dran, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Swarm hab ich hier auch liegen, ja. Müsst ihr einfach dann gleich mal einlösen. Sag ich alles her. Ey, David, was geht? Es ist gut, riesig zu sein. Denn dann kann man so etwas tun. Punch Pop Fits war von der Version. Stimmt, aber wo kommt der Gnalli Tree Wax her? Stimmt, den hab ich ja hier liegen. Den Punch Pop Fits. Aber wo kommt denn dann, äh, wo kam der Tree Wax her? Aus welcher Version kam der PS3-Version? PS3-Version? Ah, okay. Okay. PS3. Alles klar, okay, sehr gut. Wie gut, dass ihr das noch wisst. So warst du so, ich, so, ich, so weiß das nicht mehr. Aber wie gut, dass ihr das noch wisst, ja. So helfen wir uns gegenseitig. So muss das sein. Soll ich dir helfen hier? Alles klar. What? Okay. Gib alles, Bruder. Gib alles. Hey, da. Ich sehe etwas. Und du? Oh, ein Schatz. Oh, der Seelenstein von, äh, Schrumenboom. Wer kennt die Story zu Schrumenboom? Wer weiß, was mich mit, äh, Schrumenboom verbindet von euch? Wer weiß das noch? Wer weiß, was mich mit Schrumenboom verbindet? Schrumenboom, jawohl. Erst mal anschauen. Würde ich sagen, erst mal anschauen. Habe ich auch hier liegen. Da ist er. Voll gut, Alter. Da ist er. Ich habe sogar beide hier. Jetzt ist dein allererstes Video. Oh, der Chris, Alter. Er weiß Bescheid. Der Chris weiß einfach Bescheid. Hier ist noch etwas. Wo ist noch was? Benutze einen Riesen, um nach unten zu springen. Und einen rissigen Schrank. Ja, jump mal runter da. Alter. Ey, Erik, was geht? Bam, 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 bam. Sehr gut. Schöne Höhlenmalerei da vorne mit den Chompy. Sehr gut. Sehr gut. So, Lieblings-Lego-Spiel. Das ist eine Chompy-Grube. Ein unangenehmer Ort, wo die Arkayaner oft Gefangene einsperrten. Komme ich nicht mehr zurück nach oben? Habe ich jetzt echt die Schriftrolle da oben verpasst? Ne, oder? Echt jetzt? Das war's wieder komplett. Hat das Spiel mich wieder hops genommen, ne? Hat das Spiel mich wieder hops genommen. Alter, er ließ das aber richtig schnell. Komm, ran hier auf den Meter. Zack, zack, Junge. Sterben tun wir hier sowieso nicht. Ja. Sehr gut. So. Mit der alten Kamera, ja. Mit der ganz alten Kamera, ne? Oh, Mann, ey. Die ganz, ganz alte Kamera. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hier hoch. So, in der Zeit wähle ich schon mal Comeback. Der wurde sich ja als nächstes gewünscht. Genau. Ja. Langlebe dabei. Du musst dreimal da reinfallen, echt? Okay. Ach so, warte, den muss ich auch zurücksetzen, ne? Muss ich ja... Muss ich ja dran denken, dass ich den mal zurücksetze. Ja. Aktualisierungscode, was war das denn nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. So, so. Alle, alle warten einfach so drauf, bis er endlich was sagt, der gute Mann. Was ist denn los hier in der Schompigrube? Hier ist gar nichts. So, ich hab die ultimative Hexe hier auch stehen. Ne, 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 ne. Ah, das war's wieder komplett, ne? Okay, pass auf. Ich muss mal eben ganz kurz Tree Wax nehmen, warte. Ich muss eben ganz kurz Tree Wax nehmen. Ja, 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 ja. Eben kurz aufmachen, dann wechsle ich auch wieder. So. Ach, fertig hier. Ne, hab ich nicht, äh, Phoenix. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Wenn du das Rest müssten, dann, äh, wärst du, was? Dann wärst du nochmal reingekommen. Ja, ist egal. Gehen wir hinterher nochmal rein, ey. Ich kann's jetzt sowieso nicht ändern. Alter. Ey, ich hab auf schwer gemacht. Gib mir Gegner keine Opfer. Wie komm ich denn da oben an den dran? So nicht. Krieg ich den denn da oben kaputt? Warte mal. Jetzt zieh doch mal durch den... Ah, warte, warte, warte. Ich ziehe. Ah, IC ist es all. Warte. Okay. Eyeball machen wir gleich danach, ja. Eyeball kommt danach. So. Ich muss mich erstmal mit der Wii U-Steuerung hier erstmal bedienen. Logan, dankeschön für dein Follow. So, und den Hut setzen wir auf. Immer. Ja, damit wir ein bisschen schneller sind. Ignorier ich den da jetzt oder hau ich da jetzt drauf? Weil irgendwie geht der, krieg ich den kaputt. Ich weiß noch nicht wie. Da seht ihr so. Ah, guck mal. Zack. Wunderbar. Läuft. So, okay. Hi, du Mabu. Okay. Und zack. Nice, Nico. Das ist das arkeanische Conquertron. Es bewacht die Mine. Es sorgt dafür, dass wir hier nicht weg können. Und glaub mir, es ist stark. Hm. Ich hätte gerne mal den Synchronsprecher in der Kabine gesehen, wie er das dann eingesprochen hat. Hallo, labrex.de vor, was geht. Ähm. Luft. Luft, Luft, Luft. Okay. Ähm. Das öffne ich schnell. Genau, das öffne ich schnell. Und dann wechseln wir zu Alpwall. Genau. Der wurde sich ja als nächstes gewünscht. Genau da. Zack. Ich werfe mein Auge auf dich. Der Ton jetzt ein bisschen verschoben, ja. Kann das sein. Kann das sein. Der Typ macht absolut Auge hier. Guck mal, der ist ja auf Stufe 15, Alter. Den haben wir ja komplett. Von dem gab es doch auch eine Spezialversion. Purple, ne. Den gab es doch in Lila, ne. Nee, ach, Scheiße, gab es nicht. Ja, doch, gab es doch. Aber den gab es doch in Halloween, ne. Da hatte der einen Kürbiskopf gehabt, ne. Ein Kürbisauge, ne. Erinnere ich mich. Oh, ey. Äh, 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 äh. Halloween Edition. Nexoteam, was geht. Ah, hier ist doch schon das Geschenk. Ehre. Als ich das Spiel gestern angemacht habe und dann kam ja dann die Musik und so und dann stand das Story-Duell-Modus, ne. Da musste ich sofort an früher denken, Alter, als ich mit, ähm, als ich mit Sarah immer die Duell-Kämpfe gemacht habe, ne. Da musste ich sofort an früher denken. Wie wir damals, ähm, über mein Headset, die Aufnahmen gemacht haben, ne. Das war zu wild. Ich sag's euch. Das war einfach zu wild. Wie wir da damals saßen, ne. In der, eingeeckt in der Ecke und dann die, äh, Duell-Videos zu machen, ne. Zu wild. Ich sag's euch, ey. Die Wunsch-Duell, ja. Hex gegen Fumback, ja. Das war auch geil, oder? Hex gegen Fumback war ja wohl absolute Liebe gewesen. Okay, so. Wo ich den jetzt aber aufmach? Ruhig dir, ganz ruhig. Du bist in unsere glorreiche Tempelanlage eingedrungen. Was? Kehre sofort zu deinem Posten zurück und diene weiter deinem arkeanischen Meister. Ich schaue voll ab. Ich beschwere darauf, dass du aufnust, mich besiegen zu wollen. Ich will, warum habe ich den überhaupt befreit? Ich hätte ihn einfach angeschlossen gelassen, den Typ. Das heldenhaftes Verhalten ist nicht erlaubt. Machen wir kein Auge hier, so wie ich. Er macht voll Auge, ne? Ey, Quenky, was geht? Warte, den muss ich nach da schieben. Ey, schieb doch. Ich muss auch mehr Angst machen als alles andere. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich habe doch auf schwer gestellt, oder? Das sieht so einfach aus. Das sieht so einfach aus. Ist auf schwer, verstehe ich wieder nicht. Guck mal, Two Hits und sonst sind sie weg. Krass. Jetzt haben wir hier noch ein schönes. Hier ist doch irgendwas versteckt. Da sehe ich uns doch. So, Hothead als nächstes. Ja, nehmen wir gleich. Ach, guck mal hier, da brauchen wir das sogar. Alter, drei Elementartore? Was wir hier sehen. Drei Elementartore waren hier? Krass. Aber wie gesagt, ich kann mich so gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ey, Shiota, was geht? Mach auf. So, und jetzt aber schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Ähm, warte. Nehmen wir Hothead. Dann gehen wir da mal direkt drauf. Ich bin brandheiß. Ich hab mein Auge auf dich. So, kurz zurücksetzen in Ahlen. Heiß wie immer. Zack. Und zack. So, wunderbar. Ist das wie? Wie Ju, ja. Hey, hey. Ich bin brandheiß. Zu geil, der Hothead, ey. Der ist einfach zu wild. So, mach auf. Jawohl. Weißt du, das ist Matrose oder ist das Imbissbude? Fastfood. Sag ich doch, Imbissbude. Die gute Imbissbude. Setz auf hier. Ja, da seh ich uns doch. Da seh ich uns doch. Könnte man aber alle öffnen durch die Starterpack, Skylander. Stimmt. Man brauchte ja gar keinen Giant. Man musste ja nur das Elementar haben, ne? Stimmt. Und das war... Ja. Ja, klar. Luft war ja Jetwag gewesen, Zinder und... Äh, Treewags, ne? Stimmt. Ja. Ist Slam Bambam auch ein Giant? Ne, leider nicht. Warte mal, wo... Ne, ich muss hier hoch, ne? Genau. So, jetzt noch schnell hier die restliche Kette. Jetzt stürzt er doch ein, oder? Oder haben wir noch eine Kette? Eine Kette haben wir noch. Die müssen wir noch schnell machen. Können wir uns auch normale Skylander wünschen. Ihr könnt euch auch normale Skylander wünschen, ja. Aber ich kann euch nicht versprechen, dass ich alle hier liegen hab, ne? Also, das... So Freidreiter kann ich euch jetzt schon sagen, hab ich hier nicht liegen. Ne? Also... Damit ihr Bescheid wisst. Hey, Drachenkrieger, was geht? Hab noch Giants Bettwäsche. Boah, Ehre, Digi. Will ich auch. Leute, ich werde die Sequenz ein. Ah. Ah. Geht nicht kaputt. Ah, jetzt. 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 Sturz. Schnell. Schnell. Zurück in unser Dorf. Bei den alten... Danke, Skylander. Guck mal, I-Brice Mall. Er hat sich richtig gefreut, ey. Du hast uns Hoffnung gegeben. Vielleicht können wir mit Hilfe der Skylander endlich die Arkeaner besiegen, damit die gesamten Skylands frei sein können. Genau, da kommt auch noch dazu. Ihr müsst aufpassen, dass ihr dann auch wer Giants nimmt oder so, ne? Deswegen. Ego, hast du am 27.06. Zeit für ein MK-Turnier. Platz 1 ist ein 50-Euro-Gutschein von Nintendo. Kommst denn da dran, Boah, oder? 27.06. Wenn du mir das jetzt schon sagst, dann, äh... Warte, was ist das für ein Tag, Digi? 27. Sonntag. Ja, sollte ich hinkriegen, ja. Ja. Schreib mir das nochmal Privat-Rappi, ja? Schreib mir nochmal Privat-Rappi, dann schreibe ich mir erst im Kalender auf, okay? Ja. Ja, wir haben einiges verpasst hier, ne? Das ist natürlich gar nicht gut. Guck mal, der guckt auch schon so böse, habt ihr gesehen? Der kam schon so rein, so, so. Sag mal. Siehst du nichts, oder was? Bist du blind? Bist du blind? Hey, hey, ich bin Brandhals! institut, Wuh! Du blind? Oh! Wah! Geil, ey. Da hat man das Gefühl noch gehabt, ne, dass man... Wie soll ich sagen? Warte, sag ich euch gleich. Ja, ich warte. Aber dieser Sieg wurde teuer erkauft. Die Giants wurden aus den Skylands gefickt und man hat sie dort nicht mehr gesehen. Bis heute. Ich hab nur gerade tausend Stück beschworen. Kommt am Schirm Chaos, ne? Ich bin gekommen, weil du sie gefunden hast. Etwas Böses regt sich. Die Skylands brauchen deine Hilfe. Aber keine Angst, Portalmeister. Dieses Abenteuer bestreitest du nicht allein. Sieh nur. Na, was hältst du von meinem... Hey, Flynn, ey. Sieht renovierungsbedürftig aus. Tja, Kelly, sie hat eben Charakter. Der Kerl, von dem ich sie hab, hat mir ein tolles Angebot gemacht. Habt ihr das Schiff? Man konnte dir das Schiff ja als Diorama so kaufen, ne? 70 Euro hat das damals gekostet. Habt ihr das? Ahoi, Hugo. Also, jetzt wo ich diese Schiff auf Vordermann gebracht habe, was hast du vor? Meister Ion sagt, dass etwas Großes in den Skylands passiert. Wir müssen herausfinden... Double Trouble hab ich nicht. Nein. Sorry. Der liegt hier nicht. Der liegt hier nicht. Du musst zu ihm gehen. Meister Ion hat einen Portalmeister gebeten, Skylander und Giants zu Hilfe zu schicken. Ich sag dir eins, Hugo. Wenn das Abenteuer ruft, bin ich... Moment. Hast du Riesen gesagt? Ja, sie sind zurück. Also beeil dich besser. Es gibt viel zu tun. Hier auf der Karte siehst du, wo du hin musst. Tja, Kelly. Anscheinend hat das Schicksal uns wieder zusammengebracht. Das Schicksal und... Natürlich mein überragendes Aussehen. Jetzt kommt es... Obwohl... Vielleicht sollten wir unterwegs kurz anhalten und noch ein paar Ersatzteile besorgen. Ich bin nicht analyses. Ich bin nicht aus demilzanen... Steig. Beide Ever. Ich bin nicht leicht.